PEGGY 18 Er sterilisiert das Gebiet. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Das ist alles meine Schuld. Was meinen Sie damit? Ich werde alles publik machen. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Was zum Teufel. Ihre Vergangenheit wird Sie einruhen, egal wohin Sie gehen oder was Sie tun. Weiß er, dass Whisker mein Vater war? Adam! Adam! Ah! Ah! Adam! Dreh! Tom! Tom! Ah! Tom! Tom! Habe ich meine Männer verloren? Nicht über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmonds. Nein, aufhören! Meinen Sie sich um Sherry kümmern müssen. Was ist los mit dem legendären Chris Redfield, ha? Was ist mit Ihnen los? Aber die beiden werden sterben. Und das ist Ihre Entscheidung! Versiegelung! Verschwindet, verdammt!